Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und so wünsche ich euch allen ein wundertolles Weihnachtsfest. Ja, es ist gerade Weihnachten geworden, also jetzt ist der 24. und es ist 0.39 Uhr, also fast der 1 Uhr in der Nacht. Und ja, es ist wie gesagt gerade Weihnachten geworden und deswegen wünsche ich euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr verbringt die Zeit schön, die ihr jetzt, ja, die ihr jetzt Weihnachten feiert. Oh Gott, das war schlecht. Naja, also ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit mit euren Verwandten, mit euren Freunden, was auch immer. Und natürlich hoffe ich, dass ihr auch das bekommt, was ihr euch gewünscht habt, beziehungsweise auch was Schönes verschenken könnt vielleicht. Und ja, ich wünsche euch halt, wie gesagt, an sich eine schöne Weihnachtszeit. Vielleicht hört man sich, ich bin ein wenig krank, also ich weiß nicht, aber ich habe mich heute noch nicht so gut gefühlt und dann sind wir noch ins Kino gegangen. Und bei uns ist es so, es regnet einfach richtig doll bei uns im Moment. Also wir haben hinter unserem Haus auch so eine kleine, ja, keine Schlucht, aber es geht halt so relativ weit runter, so ein Täler halt. Und das ist normalerweise ein Feld, aber da ist ein Ozean. Ich schwöre euch, das ist ein ganzer Ozean einfach. Oh Gott, da hätte ich vielleicht nicht hinspringen sollen. Und ja, das ist richtig schlimm und dann bin ich halt, wie gesagt, noch ins Kino gefahren, habe mir der Hobbit 3 in 3D angeschaut und 60 FPS und das ist ja richtig geil gemacht, auf jeden Fall. Kann ich nur weiterempfehlen und ja, irgendwie gab es aber, keine Ahnung, bestimmt eine Dreiviertelstunde Werbung oder so, das war richtig unnormal. Ja, aber insgesamt ein richtig toller Film und irgendwie habe ich mir da auf den Weg hin, weil wir mussten halt ziemlich weit gehen, keine Ahnung, irgendwas eingefangen oder so. Okay, meine, ja, meine Abwehrkraft war sowieso schon ziemlich am Arsch und dann noch so ein Regen, das war glaube ich nicht so das Richtige, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, wünsche ich euch ein richtig tolles Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr verbringt die Zeit einfach schön, ihr schaltet mal ein bisschen ab, habt ein bisschen Spaß, esst was Schönes und bekommt natürlich auch das, was ihr wollt. Also ich meine, wer möchte das nicht, ne? Ja, das war es eigentlich so von dem Video. Ja, ich kann ja noch kurz meine Meinung zu Deathrun vielleicht sagen, weil ich das ja gerade im Hintergrund gespielt habe. Für die, die nicht wissen, was es ist, das ist halt dieser neue Spielmuster 5, bei dem ihr wie, bei dem man, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, so einen kleinen Parcours machen muss. Ähm, und ich persönlich finde das Spiel eigentlich ganz lustig, allerdings, ähm, ihr seht schon an meinen Grafikeinstellungen, was ist denn da los? Ich kann die ja mal hier normal machen, also normalerweise würde ich so spielen, ähm, hier das auf Maximum, aber ihr seht schon, wie es anfängt zu laggen. Ähm, ich spiele in der 1.8, weil das Spiel leider nur in der 1.8 geht und, ja, ihr seht schon, ich habe nicht so viele FPS, wie ich es normal in der 1.7 habe. Also in der 1.7 habe ich irgendwie, keine Ahnung, 300 FPS mit diesen Einstellungen und hier habe ich, ja, 30. Ähm, und dementsprechend finde ich das Spiel eigentlich nicht so schön, weil es laggt einfach ziemlich doll und bei, gerade bei so einem Jump'n'Run-Spiel, wo man es, äh, ja, schnell zum Parcours machen muss, ist es natürlich wichtig, dass man, ähm, ja, keine Lags hat und dementsprechend ist es ein bisschen blöde, dass es so doll laggt. Aber das ist sehr wahrscheinlich, äh, sowieso irgendwas, was, ja, mit 1.8 zusammenhängt, denke ich, deswegen wird das irgendwann bestimmt auch gefixt sein und, ja, ansonsten würde ich einfach sagen, ich hoffe, euch hat das Video so weit gefallen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt doch einfach mal Hashtag Weihnachten in die Kommentare oder Hashtag XMS oder was auch immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video, ähm, eigentlich hatte ich übrigens sogar, das ist jetzt aber geheim, ich hatte eigentlich ein Weihnachts-Special geplant, allerdings bin ich sehr faul und habe lieber Deathrun und Block Party gezockt. Und deswegen bin ich leider nicht dazu gekommen, aber vielleicht bin ich ein bisschen Glückwitz zu Silvester was. Ähm, und ansonsten, ja, würde ich halt, wie gesagt, einfach sagen, enjoyt mal ein bisschen die Feiertage, ich hoffe, ihr habt Spaß und, ja, wir sehen uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein und ciao, ciao. Outro Outro